ja schönen guten tag und herzlich willkommen zum cap trader webinar mein name ist christian weiß ich darf sie recht herzlich begrüßen heute wieder zum börsen wochenausblick ja wieder zur gewohnten uhrzeit 17 uhr das mussten wir letzte woche kurzfristig ändern aber wir haben das jetzt wieder so auf 17 uhr gelegt gut ich hoffe sie können mich gut hören der ton ist in ordnung bitte kurzes feedback dann können wir gleich auch schon starten jetzt nächste halbe stunde schauen wir uns also den markt an und dann sind sie auch in der lage hoffentlich uns auch fragen zu stellen wenn sie diese stellen möchten also noch mal ganz kurz super alles klar jetzt kommen die antworten rein alles klar sie können mich hören gut wir wollen direkt starten und zwar mit dem blick mit dem blick blick hier auf den dax ja wo sind wir sind aktuell bei 12.000 und 10 punkte letzte woche sie erinnern sich haben wir gerade die 11.500 überwunden und jetzt wechsle ich aber gerade mal dass sie auch den risikohinweis sehen klar blick mal eben vorab noch einmal bevor wir starten das wollen wir nicht vergessen genau also für alle noch mal der risikohinweis die info dass natürlich der handel mit aktien oder allgemein mit wertpapieren mit risiken behaftet sie sich darüber klar sein sollten dass sie nur geld einsetzen was sie auch an der börse in der lage sind verlieren zu können okay dann können wir schon auch starten wieder mit dem ausblick zum dax okay ja was sollten sie jetzt sehen also wie gesagt wir sind über 12.000 punkte im dax wir sind jetzt hier gerade unterhalb der 200 tage linie was ja wieder eine relevante marke ist das sehen wir also hier der heutige tages kerze ist schon bis hier oben gelaufen wir waren schon bei über 12.058 punkten im tages hoch hier im dax future dem uns anschauen und sie erinnern sich vor einer woche hier am 26 da haben wir gerade die 11.500 überschritten waren gerade an der 100 tage linie mit dieser kräftigen kerze gab es noch mal kurz und rücksetzer hier drauf und dann hier der kräftige anstieg hier bis zur 200 tage linie wir haben auch dieses 38 fibonacci retracement überwunden was wir hier auf diesem niveau haben also auf 11.689 punkten dass es hier diese grüne linie die rechts rüber geht und der nächste schritt wer halt diese 200 tage linie wir schauen uns gleich den dax an im vergleich zu den anderen indizes wo stehen wir da dieses vielleicht schon wissen die technologiewerte sind natürlich vorweg gelaufen die sind schon lange über der 200 tage linie schauen muss gleich mal noch den dow jones an und dann verschiedene aktien auch dazu also aktuelles bild die aufwärtsbewegung ist intakt ja es gab immer mal kleine und heftigere rücksetzer wie was ja auch hier gesehen hatten zu 50 tage linie zurück noch mal zu 50 tage linie zurück und dann aber ganz klar nach oben wir sind hier in dem endlos pitchfork in dem größeren endlos pitchfork was wir ja hier sehen übergeordnet oberhalb der mittellinie knapp unterhalb der 200 tage linie und ja die letzten hochs erinnern sich vielleicht noch hier bei 13.800 ungefähr sind jetzt nicht mehr so weit entfernt wie es noch von hier unten war direkt der blick auf die us indizes dazu muss ich mal eben wechseln kleiner blick der mini future also der s&p 500 future schauen wir uns hier an ja wo befinden wir uns hier wir sind also bei 3060 punkten aktuell 0,2 prozent jetzt im plus auch oberhalb der 200 tage linie die 200 tage linie ist hier die rote linie die wir hier sehen dort sind wir also schon seit dem 27 mai oberhalb der 200 tage linie und erinnern sich letzte woche am 26 waren wir gerade auf dem weg in richtung 200 tage die wurde jetzt überschritten hier dreht auch schon die 50 tage linie deutlich nach oben und aktuell oberhalb der 200 tage linie hier ist jetzt noch platz bis zum nächsten fibonacci retracement was wir hier bei ungefähr 3145 punkten sehen und ja die aufwärtsbewegung hat jetzt hier noch leichte widerstände hier bei der letzten hoch die wir hier hatten bei 3.108 ungefähr aber bis dahin ist durchaus noch potenzial erst mal dann kommen wir noch mal im vergleich dazu zum ym das ist also der e mini dow jones kontrakt also im future kontakt fünf dollar pro punkt der mini aber vom chart technik ist das ja macht das hier keinen unterschied hier sind wir also noch unterhalb der 200 tage linie was wir hier sehen ja also noch noch ein ganzes stück aktueller kurs ist bei 2 25 1616 und die 200 tage linie verläuft bei 26 238 aktuell wir sind oberhalb der mittellinie vom andrews pitchfork das heißt auch positives zeichen aufwärts trend wenn auch das andrews pitchfork ja hier so seitwärts verläuft das heißt wir haben also eine seitwärts übergeordnete langfristige seitwärts bewegung die aber natürlich aktuell hier nach oben geht und oberhalb der mittellinie ist das ein positives zeichen für einen intakten aufwärts trend hier unten die tiefs waren an der 100 tage linie sehen wir hier diese leichte grüne linie das ist also die 100 tage linie dies nur noch mal zur hilfestellung mit eingezeichnet also hier noch etwas platz bis nach oben haben eigentlich im gründen genommen hier in dem bereich keine groben widerstände das heißt da ist platz nach oben da das sollte also durchaus noch geschafft werden wichtig ist dass wir natürlich jedes letzte hoch hier auch überschreiten bei 25 730 punkten in etwa bevor es weitergeht zum NASDAQ und hier ein komplett anderes bild also deutlich positiver wie sie es ja wissen die technologie werte sind vorangelaufen das sehen wir also hier auch ganz deutlich wir haben also hier schon relativ früh die mittellinie überschritten dadurch auch die 200 tage linie die 50 tage linie wir waren hierbei war es auch so dass die 50 tage linie die blaue hier nur knapp unterhalb der 200 tage linie war also als wir uns das in der vergangenheit angeschaut waren gab sogar die chance dass sie gar nicht darunter geht aber durch den massiven abverkauf ist es dann doch so gewesen war also hier dieses todeskreuz sozusagen und hier dieses goldene kreuz golden cross was wir aktuell sehen das heißt positives signal durch die kreuzung der 50 tage linie an der 200 tage linie wo stehen wir bestehen deutlich oberhalb der mittellinie wir stehen hier oben ja das ist also nahe des hochs was wir schon im märz hatten bei 9552 punkten aktuell leicht im minus 0,46 prozent und wir hatten hier das hoch bei 9750 punkte also knapp 200 punkte fehlen noch um dieses hoch hier zu knacken bis zur oberen begrenzung des endlos pitchfrog ist noch deutlich platz wenn man sich das möchte auch das mal her also wenn wir jetzt hier in dem tempo so weiter gehen und bis zur oberen begrenzung sind wir also über 10.000 das passt bei 10.300 aber wie gesagt so weit sind wir jetzt noch nicht hier deutlich positiveres bild ja bei diesen werten oberhalb der 200 oberhalb der 50 tage linie und oberhalb der mittellinie des endlos pitchfrog also aktuelle lage in den indizes sehr sehr positiv jetzt wollte ich noch eine sache eben zeigen kleiner blick so das ist der 4 and greed index hier sehen wir hier und der ist jetzt diese woche zum ersten mal wieder in richtung mir in den grünen bereich sehen hier grüß ja gestern schon so aber wenn man letzte woche schauen sie mal woche für woche an da waren wir noch im neutralen bereich genau hier bei 50 und jetzt sind wir schon bei 58 ist also schon in dem bereich wo man sagt ja die gier ist zurück an den aktienmärkten extreme hier sehen wir hier im put and call ratio was hier aktuell hier unten sehen das war ja letzte woche schon im gier bereich ist jetzt im extreme greed das also ja die absicherung findet aktuell gar nicht statt nach unten die angst ist praktisch komplett raus aus dem aktienmarkt und man sieht auch extreme gier hier im safe haven die man ja das ist also der unterschied zwischen stock und bond returns wo also die anleger in die aktien gehen und aus den anleihen raus also da ist auch schon die gier zurück genauso stock price breads die bandweite sozusagen die volatilität ist neutral also die ist auch nicht mehr hoch die war ja extrem hoch die ist also im neutralen bereich wie wir es hier sehen und im junk bond bereich sind wir noch im angst bereich market momentum auch sind aber schon vom extremen angst in angst hochgekommen das heißt die extreme angst in angst hat sich also auch schon ein bisschen verbessert und man muss anschauen viel greed index über die ganze zeit gesehen da sind wir also hier schon in dem bereich gehen schon richtung 60 also ins obere dritte sozusagen und ja wir waren also hier in diesen extremen bereichen hier unten im märz in dezember 2018 auch im februar märz also 2018 auch waren wir in diesen bereichen und ja sind dann relativ schnell wieder hier in diesen bereich um die 50 60 dann gekommen ja da befinden wir uns aktuell das ist also mal ein blick auf den p&g index ist immer mal interessant und dann schauen wir jetzt mal auf die aktienmärkte so sehen sie noch ein blaues bild muss hier mal mit den verschiedenen monitoren hier ein bisschen rum basteln kleiner blick so was waren jetzt hier die aktien mit der relativen stärke und mit der relativen schwäche da wollen wir uns ja immer mal einige rauspicken ich gehe hier auf die webinar top liste zuerst und zwar vom s&p 100 der absolute top wert aktuell ist die nvidia aktie die sich in den letzten zwei wochen also sehr sehr gut entwickelt hat das sehen wir also hier ja durch diesen extremen durch die extreme bewegung diese relative stärkung wir sehen auch der wert ist im klaren aufwärtstrend hat hier deutlich korrigiert aber auch wieder bis zur 200 tage linie und ist dann wieder nach oben also wir haben ja auch diese v bewegung und die wurde sogar noch verlängert hier nach oben und aktuell sind wir bei 346 punkten das sind jetzt die top wert aus dem s&p 100 dann die paypal weiterhin stark hat man letzte woche auch schon gehabt neu hinzu also neben nvidia und paypal ist jetzt die amazon ist auch wieder im starken bereich nachdem die ein bisschen korrigiert hatte zuletzt weiterhin deutlich oberhalb der gleitenden durchschnitte darüber hinaus hinaus auch die netflix hier muss auch schon mal das endlos pitchfork angeschaut sind wir aktuell an der mittellinie wir waren schon deutlich oberhalb der mittellinie sind wieder zurück zur mittellinie gelaufen und bis zu zwei bis zur 50 tage linie und hier ist die 200 tage linie genau die untere begrenzung des endlos pitchfork dann neu in die top five ist die adobe ganz klare v bewegung extremer anstieg dann hier die korrektur und dann wieder ein extremer anstieg ja also wir sind jetzt wieder hier sogar etwas oberhalb des hochs vor der krise also heute zwar etwas schwächer minus 1,61 prozent aber trotzdem sehr sehr große relative stärke ja wenn wir uns den s&p 500 anschauen dann gehen wir hier auf einige werte die halt in den 500 werten mit drin sind aus dem s&p 500 und zwar ist das dxcm das ist die dexcom ja vielleicht nicht ganz so bekannt ist sehr sehr stark gelaufen hat auch wieder korrigiert aber ein deutlicher anstieg also die kommen von 150 und sind jetzt ungefähr bei 370 also deutlicher anstieg hier innerhalb von zwei jahren und auch in der letzten woche relative stärke dann dann nächste wert regenerate pharmaceuticals ist natürlich wieder ein pharma wert ist natürlich aktuell sehr sehr volatil wie andere auch und ja profitiert aktuell auch deutlicher anstieg in den letzten tagen und ja neue hochs gemacht gerade vor zwei tagen korrigiert jetzt hier nochmal etwas aber deutliche relative stärke hier in dem wert der nächste wert fortinet fortinet ftnt ist das symbol sehen wir hier auch bei den earnings schon am 7 mai deutlichen gap nach oben dann ist der wert weitergelaufen hat nochmal korrigiert ist wieder weitergelaufen ist deutlich oberhalb der gleitenden durchschnitte hier auch knapp und dann jahres hoch wieder heute etwas schwächer minus drei prozent aber das ist natürlich bei diesen volatilen werten nichts besonderes sie können ja mal schauen welche aktien für sie interessant sind können sie mir ja gerne mal schreiben wenn sie das einen den ein oder anderen wert sich mal anschauen wollen kommen wir zu den flop werten also entschuldigung zu den top werten noch in deutschland ja bevor wir zu den flop 5 kommen das ist einmal hier die hell entschuldigung die hello fresh ja sehen wir natürlich gerade ja einer der profiteure hier aus der krise natürlich die bringdienste genauso wie auch hier delivery hero ist ein ähnliches chartbild geht nach oben deutliche bewegung natürlich auch sehr sehr volatil aber wir sind knapp unter den jahres hochs und sie sehen wie weit der wert von 200 200 tage linie entfernt ist das heißt deutliche stärke gegenüber dem gesamtmarkt auch dann natürlich auch so werte wie zalando geht es auch ganz klar nach oben hat man es auch vor einer woche schon angeguckt als als einer der top werte ist hier von 7 von knapp 58 noch über über 61 jetzt gestiegen in dieser woche dann die bechtle bc 8 bechtle ag heute etwas schwächer aber in den letzten tagen auch wieder nach oben gegangen hier auch wieder die v bewegung bis hier und darüber hinaus also ähnliches bild immer bei diesen top werten ist ja ganz klar das ist nicht verwunderlich haben sich alle wieder erholt und dann letzter wert aus dem top 5 die sartorius ag hatte hier deutlich korrigiert aber war natürlich auch ein schwer sehr starker anstieg deutliche korrektur und jetzt wieder der anstieg und heute noch mal minus vier prozent also relativ volatil der wert oben jetzt am jahreshoch 319 euro weit entfernt hier von der 50 tage linie also ist noch platz bis 260 nach unten und hier ist die 200 tage linie die verläuft bei 208 euro aktuell ja das ist prozentual schon ein ganzes stück entfernt ja wenn wir hier mal gucken also von hier 73 prozent oberhalb der 200 tage linie sozusagen durch diesen starken anstieg hier bei sartorius gut es gibt natürlich nicht nur aktien die steigen sondern es gibt natürlich auch werte die fallen kommen wir zu den flop 5 also die schlechten die schwächsten werte die eigentlich heute alle gut performen ja also die die starke fallen sind haben natürlich auch hohes potenzial wie letzte woche die welts fargo ist immer noch unten schadtechnisch das heißt wir sind hier am jahrestief sind aktuell im kampf mit der 50 tage linie was wir hier sehen sind aktuell darüber bei 27 dollar 66 dann spg hier ist eine property group hier die seitwärtsphase hatten uns letzte woche schon angeschaut kein verändertes bild deutlicher abverkauf und hier eine seitwärtsphase hier gilt es natürlich jetzt diese hochs die wir hier gesehen haben zu überschreiten um dann nachhaltig wieder nach oben zu gehen also momentan ja bei 63 dollar 61 müsste man mal schauen wie gesagt keine empfehlung natürlich bei diesen dividenden titeln wie da die aktuelle dividende ist ja 13,6 prozent aktuelle dividenden rendite in die gut downgrades bei den verschiedenen banken wie gesagt es sind ja einfach nur werte die man sich mal anschauen kann keine empfehlung oder dergleichen irgendeine aktie zu kaufen oder zu shorten wie gesagt wir besprechen hier einfach nur schadtechnisch interessante werte also simon property group und der nächste wert die occidental petroleum wie so viele ölwerte natürlich auch schadtechnisch am boden daneben auch die slb die schlumberger ähnliches bild hier schon der anstieg über die 50 tage linie da sind wir hier drüber sind jetzt aktuell hier an der marke wo dieses gap down war da müssen wir natürlich drüber kommen dass dieses gap ja auch geschlossen werden kann von 18 auf 23 dollar auch hier ist natürlich bei diesen werten durch diesen niedrigen kurs die dividenden rendite dementsprechend ja hier noch nicht wirklich stark gestiegen 2,7 prozent gucken wir mal bei occidental 3,19 prozent ok also das waren die flop 5 hier in form s&p 100 dann können wir zum s&p 500 bevor wir nach deutschland wieder kommen und da ist die norwegian cruise line also eine kreuzfahrt gesellschaft die ist auch hier nicht weit entfernt vom jahrestief hat sie aber jetzt noch mal gut erhöht ist aktuell hier noch an diesem hoch was wir hier schon mal im märz ende märz gesehen haben und gut das muss natürlich jetzt nachhaltig überwunden werden ist schwierig sicherlich ist natürlich ganz klar die ganze reise branche hat natürlich sehr gelitten die ganzen kreuzfahrt gesellschaften genauso carnival corp ist auch eine kreuzfahrt gesellschaft cruise line und nächster wert die fti ganz klar abwärts trend hier haben wir schon die das kreuzen der gleitenden durchschnitte gehabt ja also schon oktober 2019 hier ging es auch schon mit dem gap nach unten und ja kurzzeitig mal wieder über die 50 tage linie und seitdem hier seit januar 2020 ist der wert schon unterhalb der 50 tage linie und wurde dann natürlich noch mal abgestraft und ist jetzt gerade über die 50 tage linie wieder gestiegen gehört aber immer noch zu den relativ schwächsten werten obwohl wir heute auch drei prozent anstieg sehen aber es hat natürlich alles mit dem ölpreis auch zu tun und deswegen diese schwachen werte united airlines auch einer der werte die natürlich stark gelitten haben url deutlicher abverkauft und hier wieder diese seitwärts bewegung die wir schon bei vielen werten gesehen haben die unten stark abverkauft worden hier aber auch positives signal überschreiten der 50 tage linie kommen wir zu den deutschen werten welche waren besonders schwach hier noch von letzter woche hat sich nicht viel geändert deutsche fand briefbank kämpft auch mit der 50 tage linie das sehen wir also hier wieder drunter sind heute jetzt wieder drüber plus 5,56 prozent aktuell sehr sehr volatil hier in diesem umfeld ähnlich ist es mit kali und salz ja kali und salz plus 36 prozent heute war schon deutlich höher am am heutigen tag war schon bei 6 euro 12 geht natürlich schon sehr sehr lange nach unten und aktuell einer der schwächsten werte hier im deutschen aktienmarkt dann neu dabei auch schwach gelaufen ist die rugo boss aktie ist ja auch in einem seitwärts umfeld befindet sich aber auch jetzt oberhalb der 50 tage linie das hat man also dieses bild hat man letzte woche noch nicht so dass jetzt selbst die werte die schwach sind mittlerweile aber wieder oberhalb der 50 tage linie notieren das hat natürlich daraus resultieren dass wir hier so eine lange seitwärtsphase hatten ja und dadurch konnte sich natürlich der 50 tage durchschnitt hier auch dementsprechend immer mehr annähern ohne dass der wert wirklich gestiegen ist die thyssen krupp schafft es jetzt hier über dieses letzte hoch über die 6 30 zu steigen heute mit 6,77 prozent anstieg auf 6 euro 46 aktuell sieht erstmal ganz gut aus hat aber natürlich in letzter zeit schlecht performt nur die letzten wochen waren wirklich gut und als letzter wert noch von deutschen werten oder deutschen aktienmarkt die airbus die auch hier zwar oberhalb der 50 tage linie notiert aber noch nicht weit hier vom tief entfernt ist da fehlt also noch dynamik damit es weiter nach oben geht ja das war so die aktuelle lage die aktuellen aktien die interessant sind sowohl auf der top und auf der flop seite habt ihr gerade noch gesehen gold wollen wollen sie sich anschauen also der ticker gold ja wo sind wir hier wir haben ja auch diese v-bewegung gesehen liegen auch deutlich nach oben deutlicher anstieg ist aktuell wird es etwas abverkauft und ist hier an der 50 tage liegen also da muss man jetzt natürlich aufpassen wie weit kann das hier unterschritten werden wir haben hier nochmal unterstützung bei 22 50 hier nochmal bei 21 76 von den letzten hochs die wir hier haben die gelten noch mal als unterstützung dann ab wenn man sich das mal hier einzeichnet also hier in dem bereich und hier in dem bereich so ja das wäre also hier noch etwas unterstützung ansonsten geht der trend erstmal hier natürlich nach oben ja da sehen wir an den gleitenden durchschnitten ja trotz dieser volatilen phase die wir hier hatten ist aber natürlich der langfristige trend nach oben gerichtet natürlich volatil ja weil natürlich auch der goldpreis aktuell natürlich auch volatil reagiert oder reagieren kann je nachdem was für eine meldung kommt aber ja diese unterstützung die sollten halten und dann könnte es meiner meinung nach wieder nach oben gehen aber wie gesagt das weiß man natürlich nicht hundertprozentig gut ich habe es keine weiteren werte gesehen wie gesagt die aktienmärkte hatten jetzt hier auch priorität dass wir uns mal einfach usa und deutschland anschauen was ist so passiert in der letzten woche das ist eigentlich der sinn des webinars dass man einfach nochmal neue ideen bekommt welche aktien vielleicht noch interessant sind für den die ja zum ersten mal dabei sind vielleicht noch mal eine info cap trader kondition wenn sie aktien handeln bei uns haben sie also wirklich die möglichkeit schon ab 2 euro zu handeln minimum gebühr das ist also wenn sie über schiex oder tradegate zur quars handeln zahlen sie ab 2 euro order gebühr ja und in usa sind es 2 dollar da sehen sie hier das ist also wirklich eine günstige gebühr gerade im aktienhandel und das können sie sich ja auch noch mal näher anschauen gut ich bedanke mich für ihre teilnahme freue mich wenn sie nächste woche wieder einschalten oder auch bei unseren weiteren webinaren zum beispiel heute abend footprint trading mit peter becker und können sich gerne anmelden deswegen mache ich jetzt auch pünktlich schluss damit wir um 18 uhr wieder startklar sind da wird mein kollege das dann dementsprechend machen und ja freue mich wünsche ihnen viel erfolg an der börse weiterhin versuchen sie das beste rauszuholen ganz wichtig bleiben sie gesund in der aktuellen phase wir sind auch alle noch oder zum größten teil im home office und ja hoffen wir mal dass ich die lade dann irgendwann auch wieder entspannt dass wir wieder zum also relativ zur normalität wieder zurückkehren können was natürlich schwierig ist aber dass sie alle gesund bleiben gut dann sage ich bis zum nächsten mal alles gute und bis bald nein nein schon sie man auch